Musik Antworten Flüchtlinge sind wie Antworten, die keiner verlangt hat. Sie tragen Geschichten über die Grenzen. Vielleicht erzählen sie von den Folgen unseres Tuns, vielleicht von unserer Schweigsamkeit. Unter dem Strich aber handeln ihre Geschichten immer von uns. Es gibt tausend Gründe, Flüchtlinge aufzunehmen. Vielleicht gehören wir morgen zu ihnen oder heute zu ihren Verfolgern. Vielleicht versäumten wir es, uns rechtzeitig gegen die Jäger zu wenden. Vielleicht teilen wir nicht gern. Vielleicht sind wir Rassisten. Vielleicht kennen wir die Gesetze der Gastfreundschaft nicht und nicht die der Freiheit. Vielleicht sind wir einfach nur dumm. Flüchtlinge sind Antworten, die keiner verlangt hat. Niemand aber, niemand ändert die Fragen, indem er die Antworten abschiebt. Ich danke dir. Untertitelung des ZDF, 2020